... kann, bin ich im einspurigen Stand, er kickt mich hier und ich gehe nach vorne rein. Er kickt, ich gehe nach vorne rein und attackiere. Also ich bin in seiner Trittdistanz, ich stehe hier, er kickt mich hier und bin jetzt hier drin und kann den einspurigen Stand dafür nutzen, um meinen Unterleib zu schützen, um zum Beispiel einen Tritt, ja genau, die Gans, um zum Beispiel einen Tritt abzuwehren. Er kickt mich hier, er geht rein, attackiere und gehe nach vorne und schlotte ihn direkt aus seinem Leben.